und das ding ist irgendwie der oberhammer strom aus deinem plummetopf na gut das ist ein kupfer und zinkstab ist das glaube ich und dann halt also bei mir sind gar keine pflanzen drin einfach nur erde und wasser naja aber das prinzip das kennt ihr ja schon zur genüge ist nichts so neues trotzdem schönes verblüffendes spielerreiding ich habe einen Rekord von 8 Minuten schaffen wir ach du Sautoskenkreis mal schauen wow so hatte ich es noch nie gehabt Sautoskenkreis, du hast die Menschen in 2 Minuten erst bestimmt schon heftig jetzt kriegt das euer Baby alles mit, das wisst ihr ja, das ist eine Schwingung aber sie sind noch nicht ungesund klar echt krass mhm 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 das sieht gut aus der Versuch das sieht wirklich heftig aus und vor allem war es also ein Stehgreifen ja Dosten ich glaube du hast die 8 Minuten oder? ach doch mal das waren dann gerade mal 10 Minuten warte ich finde die erste Eier und scheiße halt da ist oh und ist sogar wieder gelandet krass das ist doch wieder gelandet du musst doch einen Millimeter drüben den linken Fuß hochziehen weil der kommt uns langsam hier rüber zu ja mhm das habe ich gesehen du musst den hinteren Fuß noch ein bisschen Millimeter justieren der kommt nämlich mit der Zeit immer mehr zu uns okay das ist eine gute Einstellung, das Ding wird hier nie wieder bewegt da hast du nie wieder einen Vorführeffekt ja da hast du nie wieder einen Vorführeffekt ja wo siehst du das nämlich nicht mit dich der kommt immer langsam mehr zu uns rüber zu du musst den einen Pfund mal ein bisschen hoch ein Millimeter vielleicht oder ja ja soll ich da jetzt wirklich noch was dran rumstellen ich weiß nicht mehr ich auch nicht wieso hatte ich noch nie gehabt den ganzen drei Jahren wo ich das Ding jetzt habe hier und da kann ich doch ins Rübelzüge schön sich das auch ne das Deutsch von hier drüben der ist mit dich ja disadvantage glaub ich